gut zu diesem Video und um den Markt der Karte dieses nachdem passiert anbei der Tonwerk war er okay st also herzlich willkommen jetzt der live stream zusammenfassend und starten wir von Scholz Degern wir sind hier in dem um gute Aktionen Raumformen klärt der Tischen Traum gemacht ich bin hier auf die Uhr Kornel muss erstellen abgelaufen kann man nicht hätte gehört ausprobiert und wenig scheint nicht zu funktionieren die mehr es gibt nicht ach recht ist die die auf die Uhr an wir haben da war ein Nürnberg recht mehr auch nicht nach keine Ahnung neiger nun wollen das hat er mit wenn er war alles mit um er hat das Spiel für Tülle zu wir gehen mal auswischung ich habe das gemacht habe relativ hier und schaub sind die von der auch schon sehr viel so eine Mauer. Ach, wisst ihr was? Ich lege jetzt mein ganzes Zeug ab und schaue, ähm, und ähm, hol das Redstone. Weil wir Redstone brauchen. Deswegen gehen wir jetzt mal in das Haus von ihm oder probieren einfach mal da vorbeizukommen an der Wand. Vor einem Livestream habe ich es nicht ausprobiert, weil ich, ähm, dachte, dass man da stirbt, aber ja, habe ich auch hingebaut. So ein, das ist hier geschrieben, so ein Schild. Mir scheint nicht zu abzugehen, das Blinden ist auch noch so, Schild. Ach, keine Ahnung, hier habe ich das auch geschrieben. Highcliff brauche. Redstone, fünf Stück, danke. Herzchen, ja. Im Herzchen macht das bestimmt, gibt das mir bestimmt erst recht. Und der Livestream war von 17, äh, von 15 bis 17,15. Habe ich eine Stunde gespielt und eineinhalb, äh, ein Viertelstunde, ähm, habe ich etwas anderes gespielt, denn jetzt seht ihr hier Sertus und Osmium. Dieses Osmium, oder wie es heißt, habe ich hier als Hose noch eine gemacht. Jetzt habe ich 8,5 von 10 Rüstungsteile, wie unten sehen kann, über den Herzchen. Das ist eigentlich recht gut. 10 ist optimal. Ich habe jetzt 8,5. Korb 5. Dann habe ich noch Tindra, die viel gefunden, Gold, ähm, Copper, habe mir ein Copper-Kanister gemacht. Und jetzt, ich habe mal eine Schere. Denn man kann sich ein Kabel machen. Nehme ich ein Chicken raus, aus, ähm, den, äh, den Copper. Und dem, Wolle kann man sich so, ähm, Kabel machen. Und das mache ich immer eine Schere. So, Eier-Goldnugget kann man machen. Das finde ich ganz cool. Äh, Ding-Nugget, Eier-Nugget. Das finde ich echt ganz cool. Dann gehe ich mal hier raus. Und, ja. Ähm, das ist angebaut. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch Cliff war. Ich würde sagen, bedienen wir uns einfach mal. Steht ja nichts, dass man es nicht darf. Vor allem, ich glaube jetzt auch nicht, dass Niki-Life oder die anderen halt alle auch, Cliff Crafter und Dackel-P, dass die jetzt auch einfach mein Feld ignoriert haben, dass wir den Kürbis und das nicht verwandert haben. Was weiß ich. So, so, alles hier. Flossen, ja. Gibt's nicht. Okay, gut. Dann RDP Ikusanian. Das Ikusanian stammt und Oh, sie hat gebot. Habe ich das jetzt noch irgendwo? Nee. Oh. Ich wüsste, was? Ich habe eine gute Idee, was ich machen könnte. Jemand zu dem Baum. Wir brauchen es erstmal Holz. Acht Stück. So, zwei Baumstümpfe, Baumstämme. Nehmen wir mal die Oberon. Ich brauche jetzt acht Holzbretter. Denn wir wollen es ja für Ikusanian besonders gut machen. Und ich habe eine Idee. Erstmal acht Oakwood. Genau, gut. Und... Oh, das entfällt. hat das Cliff gemacht. Er hat mir gesagt, dass er ein tolles Projekt gemacht hat. Einen guten Zweck. Bitte immer nachpflanzen. Ja. Schön ist das. Können wir uns bedienen, wie es scheint. Kratoffeln. So nachpflanzen sollen wir ja, müssen wir ja, keine Ahnung. Ich finde es unnötig, dieses, ähm, Getreidefeld, weil ich habe in meinem Haus auch eins. Aber was soll's. Das habe ich halt auch so, weil ich... Könnte ich ja theoretisch öfters mal hier hingehen und das machen. Und halt sozusagen Getreide ausrotten, indem ich immer die Samen mitnehme. Und, ähm, dafür immer Karotten oder so nachpflanzen, weil da bin ich der Einzige, ähm, Getreidelieferant. Naja, was soll's. Immerhin habe ich noch, ähm, Kürbis in meinem Haus. So, so, so. Ach ja, genau, was ich noch sagen wollte. Die einen Viertelstunden, die ich nicht in meinem Projekt gespielt habe, da habe ich mit... Och, ich weiß den Namen nicht mehr. Mit Angry Birds heißt das Skype. 2038. Äh, ich weiß nicht den echten Namen, äh, auf jeden Fall von Creepy Let's Plays bist du, glaube ich. Bitte korrigiere mich, wenn's nicht stimmt. Ähm, ja, mit dem habe ich gespielt. Smash. Und wir haben auch Ender Games probiert, habe ich eine Runde gespielt, aber da war ich jetzt nicht so der King. Ähm, sie sind auch ewig nicht draufgekommen, aber es war dann ganz lustig. Dann smash dann noch. Ähm, ja. So, jetzt haben wir's bald. So. Potato noch überall hin tun, Kartoffeln. So, 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 so. Überall schon hin pflanzen. Da, 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 da. Ich will noch alles abbauen. Überall Potato jetzt, weil da haben wir ja noch am wenigsten von allem. So. Überall hin. Und, und haben, ähm, wow, wieso hab ich jetzt eine giftige Kartoffel? Hm, lol. Ich giftige Kartoffel, hab ich eine Idee sogar, was ich mit der mache. Äh, ich bin ganz ein fieser, was ich jetzt mache. Hm, hm, hm. Hm, ich bin ganz, ganz böser. Obwohl, erst mal so ein Kraftentable. Hm, nee, der ist hier nicht. Wird schon nicht unten, ne? Wird hinter der Leiter, ja, genau, also. So. Machen wir eine Box. So, eine Chest, genau. Warum und wieso, das seht ihr jetzt. Denn ich hab mir gedacht, ja, jetzt hab ich das Ding schon abgeschlagen. Und jetzt kann ich für Ikosan was machen. Hier tue ich die Kiste für Ikosan dran. Und die zwei Cooked, ähm, Chicken. Und jetzt sind da sozusagen, ähm, das Fleisch, das gebratene Fleisch von, ähm, ähm, von seinen Nachkommen. Da und ich mein, das ist schon eine Spende, weil eigentlich würdest man ja essen. Und so behält man es halt für sich. Also wir sagen, nehmen wir die Siez und gehen mal zu den, zu Ikosans, ähm, Besondungen nachkommen. Runter. Also, jetzt sehen, äh, vorher will ich jetzt noch das fiese machen, ja. Ich geh nämlich zu Niki live. Mach was ganz Böses. Ja. Ich mach seine Box auf. Und tu ein, die giftige Kartoffel rein. Denn ich will nicht aus Versehen die Essen. Das wäre mir dann zu gefährlich. Man, das heißt ja, man darf nichts, ähm, raustun, aber reintun, weil sie jetzt nicht, ob man das verboten ist. Weil ich glaube, es gibt aber keine Items, ähm, die, äh, den Inhalt kaputt machen von der Box. Ja, wir haben die Hühnchen und... Oh, Eie, 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 so, fünf Stück. Oh, eins, so, zwei, nee, drei, nee, vier, ja. Oh, das ist abgeworfen, Entschuldigung. So, es können wir wieder bei Kindern machen, eins. Gut, ihr macht mal den Geling. Zwei. Ja, ebenso den Geling. Und du alleine darfst nicht. Schade, du Armer. Weißt du was? Deswegen zu sterben. Pum. So. Füße raus. Oh, jetzt bist du auch draußen, ist dein Erdn. Komm. Komm, komm. Hallo. Guten Tag. Komm rein. Komm. Komm. Ehe. Die Kurze der Zwölfte oder so, komm rein. Oh, jetzt ist es auch draußen, toll. Jetzt komm rein. Nein. Sicher, Arsch, nicht kommen rein. Du, und das auch? Nee, das hat keinen Bock. Und mal Tür zu. Und jetzt komm hierhin. Ne, geil. Komm, du, und auf jeden Fall hierhin. Komm. Komm. Nico Sonne Zwölfte, nicht hierhin einfach mal, jetzt komm. Danke. So. Wo sind ich jetzt hin? Noch da. Ja, egal, du bleibst jetzt da, aber mach keinen Schaden, okay. Lass ihn weiter. So, durchsachen, ich mache das Zeug mal hier rein, checken und die Federn und zieht einfach alles rein. So. Dann, oder oben ist die Klappe auf, mache ich mal zu. Zu wollte ich sie nicht. Na egal, stellt ja nicht mehr so auf mit. Hier hat der Cliff wieder seine schönen Lichter gemacht. Und wir machen jetzt noch den Kürbis weg. Jetzt haben wir einen Kürbis auch schon. Hier könnte ich vielleicht mal eine Droh hinbauen. Na, mal schauen. So. Ich mache oben. So. Hier weg, weg, alles. Schön gewachsen, das ist supi. Das finde ich cool, wenn man, wenn nämlich andere spielen, dann wächst es auch. Das finde ich echt cool an solchen Projekten. So, so, so. Obwohl ich es manchmal ein bisschen krank finde, dass der Cliff alles für uns macht eigentlich. Aber er beschäftigt sich ja meistens am Projekt, muss man echt sagen. Das finde ich eigentlich einerseits auch super, andererseits auch irgendwie leichter. Vielleicht einfach für uns, aber ich meine, wenn das uns anbietet, dann ist es auch dumm, abzulehnen. Hier noch so. Dann. Hier rein. Dann noch sortieren gut. Iron Boots. Mal schauen, sind die effektiver als meine... Unserzaubert und Schachtaldinger? Nee. Nee. Die sind total gut, weil die auch verzaubert sind, hat mir Cliff mal Gim. Dann behalte ich die mal die Iron. Die sind sehr. Ich hab jetzt reingelegt. So, jetzt. Sie editiert da fast. So. Okay. Die Koppel. Also in diesem Kanister aus Copper kann man kein Wasser füllen, hab ich ausprobiert. Find ich relativ schade. Aber was soll's? Und ja. Jetzt sind wir im Hauptmenü. Ich sage, da muss ich es anschauen. Tschüss, euer Zickafreak. Ich hab's euch gefallen. Servus. Und da oben steht Live-Stream mit Zufall? Ich glaube nicht. Das war schon. Tschüss, euer Zickafreak. Nicht vergessen. Das war Nachkommentieren.